Jenna Ortega hat Gerüchte über eine angebliche Beziehung zu Johnny Depp entschieden zurückgewiesen. Die 21-jährige Schauspielerin nannte die Spekulationen irrsinnig und betonte, dass sie und Depp sich nie getroffen hätten. Im Interview mit BuzzFeed Celeb erzählte Ortega, dass sie über die Gerüchte sogar lachen musste, als ein Kollege sie am Set darauf ansprach. Ausgelöst wurden die Spekulationen im August 2023 durch die Klatschseite Deux Moi, die behauptete, Ortega und Depp würden gemeinsam für den Film Beetlejuice, Beetlejuice vor der Kamera stehen. Ortega dementierte dies umgehend auf Instagram. Auch ein Sprecher von Depp wies die Gerüchte zurück und bezeichnete sie als schädlich für Depps Ruf und Karriere. Untertitelung des ZDF für funk, 2017